Hi Freunde, Mottmann hier. In diesem Video beschäftigen wir uns mit Lagerkapazität in Städten. Wir gehen hier ganz besonders auf Truhen ein, die man ins Haus stellen kann und um wie viel Platz diese das Lager erweitern. Wenn euch das Video gefällt, gebt einen Daumen nach oben, Fragen und Anregungen gerne unten in die Kommentare und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Wie ihr sicher wisst, gibt es in jeder Stadt ein Lager und ein Lager hat eine Reichweite von 1000 Gewicht, das es fassen kann. Das Lager könnt ihr auf der einen Seite erweitern, indem ihr euren Gebietsruf höher levelt. Also wenn ihr quasi Quests macht, kriegt ihr Erfahrungspunkte im Gebiet und könnt dann mit Glück die Fähigkeit nutzen, um euer Lager zu erweitern. Das ist aber nicht so ratsam, weil da gibt es deutlich bessere Perks, die man in dem Gebietsruf skillen kann, zum Beispiel, dass man mehr Erfahrung bekommt, dass man mehr Ruf sammelt, dass man schneller sammeln kann, also Erze und sowas in den Gebieten, dass man mehr Fraktionsmagen bekommt und, und, und. Wie erweitere ich denn jetzt sonst mein Lager? Ja, denn 1000 Platz ist mir zu wenig. Und da gibt es nur eine Möglichkeit. Ihr kauft euch ein Haus. Ein Haus könnt ihr euch kaufen für einen gewissen Betrag an Münzen. Dazu habe ich noch einen Guide gemacht, den verlinke ich euch in den Kommentaren. Und dieses Haus könnt ihr dann benutzen. Es gibt Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 und Stufe 4 Häuser. Für jede Stufe könnt ihr quasi eine Truhe mehr ins Haus stellen. Also in Stufe 1 eine Truhe, in Stufe 2 zwei Truhen, in Stufe 3 drei Truhen, in Stufe 4 vier Truhen. Und diese Truhen erhöhen eure Lagerkapazität. Welche Truhen gibt es, die ihr ins Haus stellen könnt? Und dafür zeige ich euch jetzt eine Liste, in der ihr diese Truhen finden könnt. Diese Liste habe ich in dem Mottenmann New World Sheet angelegt. Vielleicht kennen es einige schon. Hier findet ihr auch andere nützliche Sachen, wie zum Beispiel Waffenperks, Berufeperks, Buff Food, Außenpostenhilfstabelle und jetzt auch die Truhen fürs Haus. Ihr findet hier einmal den Namen der Truhe in der linken Spalte. In der mittleren Spalte seht ihr den Rang, also ob sie T1, T2, T3 oder T4 ist, die Lagerplatzerhöhung, die Seltenheit und woher man sie bekommt. Ja, hier habt ihr einen Wert, wo ihr euch orientieren könnt, welche Kisten ihr euch holen wollt, welche ihr euch bauen wollt. Ich kann da leider keinen Goldwert reinschreiben, weil der von Server zu Server unterschiedlich ist, aber orientiert euch ungefähr am Rang und ob sie zu craften oder gedroppt wird, wie viel Gold sie wert sind. Ja, das waren auch schon alle Infos, die ich euch geben konnte zum Thema Truhen und Housing und wie ihr euer Lager quasi erweitern könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, Fragen und Anregungen wie immer gerne unten in die Kommentare und ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn ihr meinem YouTube-Kanal ein Abo gebt, damit ich mir helft zu wachsen. Guckt auch gerne auf meinem Discord oder bei meinem Twitch vorbei, dort streame ich fast täglich und im Discord findet ihr weitere Informationen, zum Beispiel zu mir, dort lernt ihr mich auch mal persönlich kennen oder auch wann ich live bin, wenn es neue Videos gibt und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im Twitch-Stream oder im nächsten Video. Bis dahin, euer Montan Mann.